Vielen Dank. Es ist wirklich ein Vorrecht, hier sein zu können. Und ich möchte euch Grüße bringen von all meinen Kollegen aus der Mica Challenge Familie. Und es ist ein ganz spezielles Vorrecht für mich, eine Plattform mit René und Ruth zu beenden. Und sie sind meine ganz bevorzugten Leute. Und als ich aufwuchs, möchte ich ein René sein. Ich möchte ein rechter Mann sein. Es ist ganz speziell gut hier zu sein, zusammen mit Kollegen. Und zusammen mit der ganzen Mica Challenge Familie sind wir sehr stolz über das Werk, was ihr hier tut. Vor etwa drei Jahren, als ich das letzte Mal hier war, hatte ich eine ganz spezielle Mission. Und das war Stopp Armut dazu zu bringen, selbst sich Mica Challenge zu nennen. Und als ich diese gute Idee Peter weitergab, hat er mich angelächelt. Es war ein sehr hartnäckiges Lächeln. Und es ist dasselbe Lächeln, das er jetzt aufsetzt, wenn er Stopp Armut sagt. Aber wir sind sehr erfreut, dass wir eigentlich Teil der gleichen Familie sind. Mit der gleichen Vision von Hoffnung, die wir gerade gehört haben. Und natürlich mit dem gleichen Gott auf unserer Seite. Meine Aufgabe ist jetzt, ein paar Sachen zu machen. Zuerst möchte ich im weiteren Sinn ein bisschen über Korruption reden. Und dann vielleicht einen etwas spezielleren Fokus auf Europa und die Schweiz zu werfen. Und ich sehe mich selbst als jemanden, der auf einer Entdeckungsreise ist. Und ich präsentiere mich selbst nicht als Experte in Korruption. Weder im Selbsttun noch im Wissen darüber. Der vorhergehende UNO-Generalsekretär sagte, die Korruption ist ein Schlüsselelement in der ökonomischen Entwicklung. Es ist ein großes Hindernis in der weiteren Entwicklung. Und ein weiteres Hindernis für gute Entwicklung. Im Jahr 2008 haben 393 Milliarden Dollar Afrika verlassen. Als ein direktes Resultat von Korruption. In Umkehr, es sind nur 44 Milliarden Dollar als Hilfeleistung gewesen. Now he's reading my notes. And he's going to get in trouble in a while. Because pretty soon they won't make sense to anybody else but me. Every second, four and a half thousand French Francs leave Afrika per second. Vier und halb tausend Französische, oder wahrscheinlich sind es Schweizer Franken, verlassen Afrika. Over one trillion dollars per annum is taken from the poorest through corruption. Und über eine Billion Franken sind aufgrund von Korruption dort beteiligt. Und viele Teile des globalen Südens People have to pay for public services they should receive free of charge. So müssen Leute für öffentliche Dienste zahlen, die sie eigentlich umsonst bekommen sollten. Now you are here on a Saturday morning because you already know that. Ihr seid heute an diesem Samstag hier, weil ihr das schon wisst. And you have a measure of concern about that. Und ihr habt auch eine... Ihr fragt dem auch Sorge. But I know that you are also concerned about the fact that Europe is a part of this. Aber ich denke, ihr seid auch betroffen, weil Europa Teil dieser Geschichte ist. And I love that upside down map which we had at the beginning of our time together. Und darum habe ich diese Karte gern gesehen, diese auf dem Kopf stehende Karte, die wir am Anfang gesehen haben. The only problem I had with it was that Australia was at the top. Das einzige Problem, das ich hatte, war, dass Australien zuoberst war. Aber das sagt uns doch, dass wir eigentlich Teil eines globalen Dorfes sind. Und diese Geschichte von Korruption und Undurchsichtigkeit ist eigentlich jedermanns Geschichte. Und mein Kollege von Michael Challenge sagt, das ist eigentlich eine Giftverbindung. Und wenn du die Gelegenheit hast, die Unterlagen von Transparency International zu sehen. Und schaut bitte auch, die sind am Seminar heute Nachmittag. Oder die Arbeit von globaler Integrität. Ihr wisst, dass da eine gleichermaßen große Besorgnis ist über den Mangel an Transparenz hier in Europa. Und wenn ihr könnt, dann schaut doch ihren letzten Bericht an über Transparenz in Europa. Dieser letzte Bericht über Transparenzprobleme in Europa hat sich mit etwa 25 Nationen beschäftigt. Und da ist etwas im Bericht drin zu lesen. Politische Parteien und Geschäfte zeigen das grösste Risiko für Korruption über ganz Europa. Und mit ein paar wenigen Ausnahmen sind sie unter den schwächsten Gliedern, wenn es darum geht, Antikorruptionsmittel aufzustellen. Und ich fühle mich sehr bestätigt im Moment. Weil der Übersetzer meine Schrift lesen kann. So we do have a problem here in Europa mit dieser Angelegenheit der Korruption. Und wenn wir die Statistiken und die Fakten anschauen. Das zentrale Problem hier in Europa ist ein Problem der Leidenschaft von Integrität. Und es ist sehr einfach auf den globalen Süden zu zeigen. Zu gegenüber korrupten Präsidenten und Leitern. Aber die Wahrheit unserer Aufgabe ist folgende. Dass ein Mangel an Integrität eben ein Problem hier in Europa ist, wo wir leben. Vor etwa einem Monat habe ich ein E-Mail bekommen von einer Anwaltspraxis. oder einer Anwälten. They wanted me to give a character reference. Ich möchte euch eine charakteristische Stelle daraus geben. It wasn't for a teenager. Es ist nicht um einen Teenager gegangen. It was for a member of the house of lords going to court. Es ist um einen Oberhausvertreter gegangen, der vor Gericht musste. About issues of expenses. Es ging um Ausgaben. Und so für uns, da ist ein Ruf für uns für Integrität auf einem Leidenschaftsniveau hier in Europa. Und das ist Leidenschaft in Politik. Und in Business. Und in der Kirche. Und in der Kirche. Ich liebe den Text aus Psalm 78. Und Vers 72. Und es sagt, David shepherded them with integrity of heart and with skillful hands he led them. David hat die Schafe mit Integrität des Herzens geführt und mit befähigter Hand hat er sie geführt. It's not just about obscure Christian leadership. Es ist nicht einfach so irgendwelche verbrämte christliche Leidenschaft. This is a comment about political leadership at the highest level in the context of Israel. Das ist die konkrete Angabe für politische Leidenschaft im Zusammenhang mit Israel. Und die vornehmlichste Aufgabe, die wir haben, wenn wir heute das Gebäude verlassen, will not just to be able to master the facts about corruption. Wir sollten nicht nur diese Fakten der Korruption irgendwie meistern. But to have the courage to challenge the integrity of leadership at the highest levels. Wir sollten auch den Mut haben, die Integrität von den höchsten Leitern herauszufordern. Und das ist eine Herausforderung, die wir auch in die Kirchen bringen sollten. One of the difficulties we will find as we seek to mobilize Christians beyond this building on this issue of integrity Ein Problem, das wir sicher haben werden, wenn wir diese Integrität über dieses Gebäude hinaus verwirklicht sehen wollen Is a chronic lack of theological reflection on this issue of corruption Ist ein chronischer Mangel an theologischer Durchsicht über dieses Thema Letztes Jahr habe ich ein kleines Büchlein geschrieben Ethische Leidenschaft und Freiheit von Armut Und ich habe zu einer Gesellschaft mit gutem Ruf gesprochen, die Bibeln verteilt Und ich sehe schon, dass einige von euch versuchen zu raten Und ich fragte sie, könnt ihr mir bitte eure Bücher geben, die mit Korruption umgehen? Etwas, was mir hilft, die theologische Praxis für strukturelle und grundsätzliche Korruption zu sehen Und sie konnten mir keine Liste von solchen Büchern geben Und seitdem habe ich Gelegenheit gehabt, mit verschiedenen Leuten zu sprechen Und da war ein seriöser Mangel an guter Durchsicht der Bibel bezüglich des Themas Korruption In biblischen Umgebungen, wenn es um Leidenschaft geht Und das die Kirche in den Trab bringen sollte Das heisst nicht unbedingt, dass es das nicht wirklich gibt, aber ich habe es einfach nicht gefunden Aber das ist eine wirkliche Herausforderung für christliche Leidenschaft Und es ist eine generelle Herausforderung für christliche Leidenschaften und für Gemeinschaften in Europa Um 1900 Something like 300.000 Dollar went missing through ecclesiastical crime 300.000 Dollar gingen verloren durch kirchliche Kriminalität Im Jahr 2010 waren das dann 32 Milliarden Dollar Und die Schätzung für 2025 beläuft sich auch 60 Milliarden Dollar Wir sind also schon involviert in diese Herausforderung Letztes Jahr haben wir uns in Malaysia getroffen mit Kollegen von Michael Challenge zum Sachen zu besprechen Und wir hatten einige Übungen, einige Sessions um miteinander zu sprechen Wir haben unsere Koordinatoren gebeten uns alle aufzureihen gegen die Mauer In verschiedene Kategorien The largest population to the smallest Die größte Population bis zur kleinsten The highest GDP to the lowest Das größte Bruttosozialprodukt bis zum kleinsten The highest transparency count to the lowest transparency count Die größte Transparenzzählung bis zur kleinsten The biggest church attendance to the lowest Die größten Kirchenteilnehmer zahlen bis zu den kleinsten And we were amazed Und wir waren sehr erstaunt To discover that the nations with the highest church attendance Dass die Nationen mit den grössten Gottesdienstbesucher zahlen Had the highest levels of corruption Auch die grössten Zahlen von Korruption aufweisen And those with the highest secular count Und die mit den grössten weltlichen Zahlen Had the highest levels of transparency Haben die grössten Angaben für Transparenz Now if you are looking for a thesis to write, that could be it Wenn ihr eine Doktorarbeit schreiben wollt, das wäre doch ein Thema When Martin Luther nailed his 95 Thesis to the doors Als Martin Luther seine 95 Thesen an die Kirchentür nagelte That was the biggest anti-corruption campaign the world has ever seen War das die grösste anti-korruptions Die es je gab I was going to say that I was going to say that So the church is already implicated in this task Also die Welt beschäftigt sich schon mit dieser Aufgabe The scriptures oblige us The scriptures obligate us to be involved Die Schrift, die bringt uns, oder die zwingt uns dazu, damit zu tun zu haben And our own history obliges us to be involved Und unsere eigene Geschichte zwingt uns ebenfalls dazu And that's why next year we are happy to be doing exposed Shining a light on corruption Und deswegen ist es eigentlich klar, dass ein leuchtendes Licht auf Korruption fallen sollte Um das klar zu machen And you must watch out for the details on this as it grows in momentum Ihr müsst hier die Details anschauen, denn das wächst mehr und mehr But we're very happy to be a part of a coalition of Christians across the world Wir sollten an einer Koalition teilnehmen können, die über die Welt spannt Die das Licht auf die Korruption in der Kirche scheinen lassen will In der Geschäftswelt Und in den Regierungen Nicht um negativ zu sein oder die Charakteren der Leute umzubringen Aber um die Sachen aufzuzeigen Und um eine Botschaft der Hoffnung weitergeben zu können Wie wir von Ruth gehört haben vorher Also macht eine Notiz in euren Agenden 14. bis 20. Oktober nächstes Jahr Hoffen wir, dass 100 Millionen Christen dieses Licht auf die Korruption scheinen lassen Ich möchte einfach noch ein paar Momente darauf verwenden Ein paar sehr spezifische Sachen euch hier in der Schweiz zu sagen Und ich hoffe, das ist etwas Sinnvolles für euch Auch wenn es nicht wirklich Sinn macht, das wäre nicht das erste Mal Ein paar Tage vorher bin ich am dreien Morgen mal verwacht Ich kann nicht wirklich behaupten, Gott hätte mich aufgeweckt, ich bin einfach aufgewacht Natürlich klingt es besser, wenn ich sage, Gott hat mich aufgeweckt Das klingt ein bisschen autoritativer Und ihr seid mir in den Sinn gekommen Es begann mit einer großen Bewunderung eurer Nation gegenüber Eure grosse Fähigkeit, so viele Sprachen und Kulturen zusammenzuhalten Ich glaube, das muss einen grossen Anteil an interner Energie fordern Und um halb vier am Morgen habe ich mich dann gefragt Ob diese innere Energie auch wirklich eine Herausforderung für euch hat Die Energie, die ihr braucht, um diese Kreativität und diese Verschiedenheit in der Schweiz Auszuleben Und das, indem die Neutralität dem Ganzen noch übergeordnet ist Das bringt euch in eine ganz einzigartige Situation unter allen anderen Nationen Ich muss zugeben, dass wie ich die Schweiz erlebt habe Das ist mein drittes oder viertes Mal jetzt hier Ich erlebe auch ein Element der Immunisierung gegen Diskussionen über Dinge wie deinem Banksystem Ich erlebe auch ein Element der Immunisierung Numbness über Kritik auf deinem Banksystem Es hat euch anscheinend auch dazu gebracht, eine gewisse Immunität zu entwickeln Gegenüber Kritik an eurem Bankenwesen Und ich denke, ihr seid so vorbereitet gegenüber solchen Sachen wie ein Boxer, der einen Schlag an den Kopf erwarten muss Aber ich denke, es könnte auch etwas anderes sein, was euch fehlt Das ist die Lähmung der Gleichgültigkeit Und was mit der Psyche, mit dem inneren Wesen einer Nation passiert, die daran gewöhnt ist, neutral zu sein Und das hat mich zu einem sehr verdunkelten Teil der Bibel erinnert Es steht im Buch Richter Und der Zusammenhang ist im Richter 17 zu finden Wo es uns gesagt wird Dass Israel keinen König hatte Jeder machte, was er gerade machen wollte Und dann im Richter 19 Zeigt uns dann die Tiefe dieses moralischen Zerfalls Als Israel es versäumte, einem älteren Mann gegenüber Gastfreundschaft zu üben Und seiner Konkubine Anstelle ihn willkommen zu heissen als Besucher Ging es eher darum, homosexuelle Taten diesem Besucher gegenüber auszuüben Es geht jetzt nicht um eine Debatte um Homosexualität Es geht um die Ungastfreundschaft von Israel zu dieser Zeit Aber ihr müsst nicht so nervös reinschauen, wie ihr es gerade jetzt macht Denn das ist nicht der Punkt, den ich euch gegenüber sagen will Aber mitten zwischen diesen beiden Kapiteln Da ist das Kapitel 18 Und in dieser Geschichte Geht es um einen Mann namens Micha Der einen Priester hatte Und der Stamm Dan Der kein Erbe hatte Und jetzt ging es darum Und sie haben einen Platz gesucht, wo sie sich niederlassen konnten Und sie haben dann Spione ausgesendet ins Land Ephraim Und dann sind sie dann schlussendlich irgendwo an einen Ort gekommen namens Laich Und dort haben sie wirklich nette Leute angetroffen Und sie sind dann zurück zu den Danaiern gegangen Und haben sich entschlossen, diese Stadt Laich anzugreifen Und dort ist es dann, wie sie sie beschreiben Sie haben sie mit dem Schwert angegriffen und ihre Stadt niedergebrannt Und sie sind gegen die Leute von Laich angegangen Die ein Volk von Frieden und Sicherheit waren Und sie haben sie angegriffen Weil sie weit weg von anderen Leuten waren Und keine Beziehung zu irgendjemandem hatten Das heisst nicht, dass ihr unsozial seid Oder dass ihr nicht verbunden seid Aber ich denke, ein Teil der Herausforderung, wenn ihr heute geht Da geht es darum, die Psychologie oder das Innere der Neutralität unserer Nation anzuschauen Und da geht es darum, dass die Neutralität eben sich selbst anpreist Es geht nicht darum, eure Werte hier anzuzweifeln oder infrage zu stellen Aber ich habe eine Frage für euch Moses war in einer Zeit der Neutralität Er war seine Zeit lang im Königspalast Er hat sich als sozialer Aktivist mit Leidenschaft gezeigt Hat einen Ägypter umgebracht Was ich nicht als gute Strategie von sozialem Engagement erzählen würde Er ist in die Wüste entkommen 40 Jahre der Neutralität Als Gott ihn in der Anbetung antraf Er sagt, ich habe den Schrei meines Volkes gehört Wegen der Unterdrückung, die sie erleiden Und ich weiss, du kannst sie nicht sehen Und sie sind nicht in armes Länge erreichbar Aber eine grösste Aussage der Fleischwerdung von Gott war das Ich bin heruntergekommen Habe ich schon gesagt, ich sende dich? Das ist die Dynamik unseres Rufs Gott kommt herunter Um uns aus unserer Neutralität herauszurufen Um uns an die Armut und Korruption heranzuwagen Und das ist schon immer der Fall gewesen Dass jede Herausforderung gegen Korruption und Unterdrückung Auch eine wirtschaftliche Bedeutung erlangt Was Mose ging ums zu tun War es dem Pharao zu sagen Let the workforce go free to have church That's like saying God is saying Please can you implode your economic structure Könntest du bitte deine Wirtschaftsstrukturen implodieren lassen Freiheit und Wirtschaft sind immer Hand in Hand gegangen Und das wird auch der Wahrheit entsprechen hier in der Schweiz und in Europa Das erste Mal als ich hier in die Schweiz kam War ich absolut erstaunt über die Sauberkeit auf euren Strassen Das war für Wochen ein Kulturschock für mich Das ist eine Sache des Nationalstolzes Dass die Strassen hier immer sauber gehalten werden Wurde mir gesagt Und gestern habe ich einen Kommentar über das gemacht Und dann haben die Leute gesagt Aber jetzt haben wir Strassenreiniger Denn unsere Welt kommt zu uns Und der Abfall der herumliegt wird jetzt langsam Teil unserer Kultur Das heisst es in einem globalen Dorf zu sein Ein Signal, dass wir die Neutralität nicht ewig aufrechterhalten können Und immer noch ein Teil des Schmerzes dieser Welt zu sein Amen Applaus 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 Applaus